einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zum neuen angezockt ich wollte ja scharnobylite die ganze zeit schon anzocken jetzt kam auch die ps5 version DLCs gibt es auch irgendwelche waffen und so waren da am 21.4 kam die next gen version und hier haben wir dann noch irgendwelche speziellen waffen und goldene waffen die ihr euch dann kaufen könnt natürlich ich mach mal sehr leicht ich habe ich glaube ich habe es auf englisch eingestellt oder russisch mit mit deutschen untertiteln oder so das macht ja ich gucke da gibt es übrigens auch eine richtig geile docu die kam auf sky ich weiß gar nicht ob die noch in der mediathek ist über scharnobyl mit sechs teile oder sie teile ich bin mir jetzt nicht sicher die war schon heftig wollen wir mal hoffen dass sowas nicht noch mal passiert war also sowas wie sowas wie in schernobyl meine ich natürlich wir wollen jetzt auch hier ein let's play draus machen jetzt ist erstmal einfach nur angezockt angesagt na gut ein let's play kann man vielleicht später auch mal machen wenn es geil ist aber dann weiß ich schon dann werden sie wieder früh beschweren dass es halt englisch ist mit deutschen untertiteln ach es kann man wie prof. kimi nick heute und dann machen wir einfach mal weiter ja ich kann werden wir wieder Tania 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 stop kidding around du leckerst du leckeres boah boah Oh, ich krieg schon ganz ungute Tiefen. Ihr seht ja auch, ich nehme mit Kamera auf, also es hat nur 4K, kein HDR. Das habe ich nämlich als erstes überprüft. Oh, scheiße, ich hasse das. Oh, glücklich doch. Das ist ja nie alles, Kasper, hier. Wie scheiße ist das denn? Was ist denn jetzt? Das ist das Riesenrad von Schirmorien. Leave me the fuck alone. Oh, 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 oh. Ich bin nicht tot. Das sieht wie nach Echzerei aus. Das sieht wie nach Echzerei. Was sind Sie? Was sind Sie? Wir sind die Unterbarnung. Das ist das, was ich will. Warum ist das Ort so nahe? Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich will da eigentlich auch nicht lang. Schauen wir mal, ob wir jetzt etwas herstellen. Nein, natürlich nicht. Rezept. Scheiße. Schuss. 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 Geh zurück zu deinem Arbeit. Es ist der einzige Weg aus hier. Mensch, warum habe ich denn so einen trockenen Hals? Es fühlt sich gut zurück. Ja, da sind wir halt ein bisschen abgewiesen, also der Reaktor mit dem Sarcophag und Hilfe. Das ist aber schon der neue, aber die erste war ja vierzig. Die Story ist so cool gemacht an sich und die sind verwirrend und alles. Aber es ist halt scheiße, dass es nur in englisch ist und mit deutschen Untertiteln. Und das sage ja nicht nur ich. Die meisten von euch sagen es ja auch. Und dann auch bitte nicht, bitte nicht, bitte lieber was Deutsches oder so wie Sniper Elite oder was weiß ich. Ja, das ist der neue Sarcophag. Der alte war ja viereckig. Der neue wurde ja nur so rüber geschoben. Und ihr seht ja, hier ist alle Teller leuchtet. Obwohl das da hinten abgesperrt ist, also hier der Sarcophag drüber ist, das Ding ist immer noch in Benutzung. Und da arbeiten Leute. Und da sind die, Egor. Und da sind die, Egor. Was ist das? Sorry. Shit, Egor, komm her! Komm her! Wir sind hinter dir! Komm her! Stay in the shadows. So... Become invisible! So, you were inside the lab? Yeah, true, mate. See anything interesting? Nah. Interestiniere Buch-Lock-Lock-Lock-Lock-Lock-Mann-Play. So, we'll stop all your time. So, are we still? That's the best? We're still in the back. So, do we still have to? Vielen Dank. Oh, fuck. 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 Das war's für heute. 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 Das ist das Checkpoint-Laden, ja. Müssen wir nochmal gucken hier. Das war's für heute. Das war's für heute. So, you were inside the lab? Yeah, for a bit. See anything interesting? Nah. Interesting is above my pay grade. Now pass that bottle, Sergei. Now pass that bottle, Sergei. Egal, hey, over here. You sure this is the right entrance? I used to work here, remember? Yeah, I'm sure. I used to work here. I used to work here. I used to work here. I hope you have a great memory. I hope you have a good memory. Okay, I'll take point. Ja, Captain Olivier, Sir. Are you sure this device is yours, Eagle? I don't have time for getting into details right now, but yes, all it needs is more Chernobylite. The man knows what he's doing, Anton. Stay focused. Complete the mission. We'll all be laughing about this over a beer before you know it. Oh my God, with the Roster and the apple. Oh my God. I've seen a few documents about it. The readings are bad. The numbers are too high. We have to get out of here. They were in contaminated water. Help me out of here! They have to get out of here! Let me out of here! Let me out of here! Alexander Borisovich! Someone has to open the valves manually. Someone has to go inside! That is hefty. Oh, two hostiles up ahead. Quiet. Anton, that one's yours. I'll take. I'll take the other one under here. Oh, look at Bright Boy over here. Okay. It's your show. But if you get us killed, I'm gonna be pissed. Five bars are rising. He'll explode. Which may surprise you, but I'm actually a soldier. I thought you were going to take down that guard. Are you saving him for later? Let's get out of here before we see it. I thought you were going to take down that guard. Are you saving him for later? I thought you were going to take down that guard. Are you saving him for later? I don't know if you're gonna take down that guard. The next time you better use the knife. It's making fun. I was in the middle of college. Who was there, Igor? Alright, Igor. You're the star. I'm accessing the terminal. If the AZ-5 button is still... Igor, don't. Tatiana? Die weißen Funken, die ihr seht, das ist kein Staub oder so, das soll halt praktisch... Das ist halt praktisch... Das soll halt versinnbeligen, dass die Atomstrahlung da noch ist. Die Atomstrahlung von der Atomstrahlung von der Atomstrahlung ist. Die Atomstrahlung von der Atomstrahlung ist. Ich kann die Graphite auf dem Boden sehen. Die Atomstrahlung von der Atomstrahlung von der Atomstrahlung ist. Das ist nicht echt, aber die Zwischensequenzen ist schon heftig. Wir machen das schnell schnell. Es ist noch schlimmer als ich mich daran erinnern. Du hast schon gesehen, nicht wahr? Die Atomstrahlung von der Atomstrahlung von der Atomstrahlung von der Atomstrahlung ist. Ein viel kleiner Fragment, aber genug von meinen initialen Studien. Willst du mir erzählen, wie diese schreckliche Atomstrahlung funktioniert? Die Atomstrahlung von der Atomstrahlung ist eine Art von der Atomstrahlung. Es nennt sich ein Wurmhull. Es bilden eine Tunnel mit zwei Mauten. Es braucht eine Exotik-Energie-Source, um es zu halten. Exotik-Energie? Das ist die Chernobylite? Genau. Exakt. Wo ist diese Schreckliche Atomstrahlung? Es führt woher es muss. Wir lassen uns das für jetzt, okay? Was? Mein Fianc. Sie verraten... Olivier? Wo warst du? Olivier? Was ist das verwirrend? Die Kommentare von denen machte es so nicht besser. Oh, ist das verwirrend. Ich muss hier nochmal schnell gucken. Weil viele von euch fragen ja immer, hat er Platin, hat er nicht Platin? Er hat Platin. Insgesamt 35 Trophäen mit Platin. Also 34 ohne. Ob das Safe-Game kompatibel ist von PS4 zu PS5. Also wenn ihr bei PS4 Platin gemacht habt und hier gleich nochmal. Denke ich schon, dass das funktioniert. Aber ob das Safe-Game jetzt direkt ist. Also ihr seid bei der Hälfte und wollt dann weiterspielen. Ob das so funktioniert, das weiß ich nicht. Pass los ist richtig? Ach so! Ja Profis Pharaohschule! Das macht unsπε ainsi. пой Banks stellt sich. Oh,- Was ist gut? Ich er ingredients. cold», Wenn es sich wiedertbumst sobędert, Dann könnt ihr gerade Zeiterschlag, geht's. Jetzt woxig! Leck mich doch. Ich geh lieber wieder raus. Boah, der leckt mich. Den muss ich runter, oder ne? Hier geht doch noch. Ich muss da lang. Ich leck mich doch am Arsch. Echt jetzt? Geht's hier noch lang? Geht's hier noch lang? Geht's nicht lang. Mist. Geht's nicht lang. Ich muss natürlich hier runterkrauchen. Das ist so toll. Geht's nicht lang. 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 Bis zum nächsten Mal, bis ich die Radiation-Level reduziert habe. Ich sollte meinen Scanner nutzen, um meine Umgebung zu checken. Vielleicht kann ich etwas finden, um mit Decontamination zu helfen. ... Okay, jetzt ist alles total offen, oder was? Okay, jetzt geht es weiter. Das war's für heute. 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 I see. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal.